Wiesig-Holstein Wiesig-Holstein ist ein ganz besonderes Land. Zwischen zwei Meeren wird ordentlich Wetter. Vielleicht ist das der Grund, warum dieses Land so viel Kraft hat. Das Wichtigste ist, dass hier jeder gern lebt und glücklich werden kann. Darum geht es doch immer. Die CDU ist die Schleswig-Holstein-Partei, weil wir so sind wie das Land, weil wir wissen, worauf es ankommt. Weil wir Verantwortung übernehmen für unser Land und tun, was richtig ist. Für heute und auch für morgen. Politik muss ernsthaft sein, gerade in diesen Zeiten verlässlich, bescheiden und mutig. Denn es ist unsere Aufgabe, den Wandel so zu gestalten, dass es den Menschen in Schleswig-Holstein auch weiterhin gut geht. Die CDU steht für Windkraft und für Heimat, für gute Bildung und für gute Straßen, für Weltmarkt und die ganz regionale Landwirtschaft. Für solide Finanzen, kluge Ideen und vor allem für Verantwortung. Messbare Erfolge und mutige Visionen, Traditionen und Moderne, Freiheit und Verantwortung. Dafür steht die CDU in Schleswig-Holstein. Ich will, dass wir die Wahl am 6. Mai gewinnen und unserem Land weiterhin Richtung und Kraft geben. Das ist unser Ziel. Das ist mein Ziel. Und dafür kämpfe ich. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Vielen Dank.